Okay, wir haben hier fünf Coca-Cola-Sorten. Ich sag, ich errate alle. Zucker und zuckerfrei wird schwer. Es ist entweder die normale Coca-Cola oder zuckerfrei. Ich sag, das hier ist zuckerfrei und das hier ist die normale. Oh nein. Das schmeckt wie Himbeer. Ja. Richtig? Das ist richtig. Cola-Lemon. Oha, das ist richtig. Kirsche. Jo, passt an der Richtige.